Überragend. Ich glaube, es hat sich angefühlt, als ob wir eigentlich auf dem Gaspedal waren, die ganze Overtime. Aber man weiß ja, wie das dann oft so läuft. Man ist dann oft die bessere Mannschaft und dann fällt das Tor auf der anderen Seite. Ich glaube, wir sind immer besser geworden mit jedem Drittel und am Ende glaube ich, haben wir verdient gewonnen. Ich glaube, man hat es gesehen in den ersten beiden Spielen. Wahrscheinlich somit die lauteste Atmosphäre, die ich auch am meisten miterlebt habe. Und natürlich gibt es immer diesen Boost. Wenn man eine Torschuss hat oder einen Line Rush, die Fans sind sofort da und das pusht einen vorwärts. Und ich glaube, für den Gegner ist es natürlich ein bisschen härter. Man spielt einfach gegen einen extra Mann, wenn man hat man das Gefühl manchmal.